Hallo! Oh ja, nettes Teil. Ziemlich verbeult, aber ich kann's reparieren. Ich weiß nicht, ob ich in einen kaputten Flieger einsteigen will, den du repariert hast. Hey, was redest du da? Zweifelstel für ein Boomer? Mann, lass mich, ich repariere das Ding. Ich gehe den Brecher suchen. Funk ist an, ja? Okay, okay, Funk ist an. Oh, scheiße. Boomer, Tonis Leute sind schon da. Ähm, siehst du da, ähm, ein Lager aus? Ja, ja, ist blockiert. Kommst du da rein? Oh, Moment. Ja, ich hab deine Idee. Könnte ein bisschen laut werden. Hey, du hast gesagt laut, sie können es laut. Oh, Mensch. Du kannst sie denn jetzt hier? Boomer, bitte schau. Das geht super, mein Gott. Alles ganz schön kompliziert, Mann. Okay, gehen wir raus, dann wir reinsteigen. Eine sehr gute Frage. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, scheiße. Bulma, Tony... Die Leute sind schon da. Ähm... Siehst du da, ähm, ein Lagerhaus? Ja, ja, es blockiert. Kommst du da rein? Oh, Moment. Ja, ich hab da eine Idee. Könnte ein bisschen laut werden. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Geht nicht mehr dann gut. Das ist ganz schön kompliziert, Mann. Okay, in your room, in your eyes, right? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020